Alles im Vorhinein Plan. Alles im Vorhinein. keine wohnung habe ich leichter gefunden dass die der anderen beiden und das witzige ist ich also sie hat dann vorgetragen in den erdkönig und gestatten so nein in jedem moment macht sie ein fehler und wir sagen und als nachspeise habe ich uns was ganz besonderes vorbereitet pass mal auf selbstgemachtes es ist Ich bin nicht sicher. Äh, ist ein bisschen was. Entschuldigung. Ich muss kurz ran gehen. Hallo. Nein. Oh, mein Gott, wirklich? Oh mein Gott. Ja, 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 okay, okay. Ja, danke, danke für die... Ja, tschüss. Hey, du, ähm, ich finde, wir hatten echt einen ganz wunderschönen Abend. Meine Kasse wurde gerade überfahren. Du bist eine ganz... eine ganz attraktive... Ich kann auch nicht fassen, dass mir... dass mir tot ist. Können wir vielleicht ganz kurz noch in die Mitte des Raumes zurückgehen? Was ist das denn? Oh, Mensch. Puh, das ist... Ja, das ist dieses Rosenproblem, das wir hier ständig haben. Das ist irgendwas mit den... Leitungen und das ist immer... Hey! Ach, das habe ich jetzt zum Hausmeister aber auch schon tausendmal. Ich habe auch gerade ein Problem mit meinem Hausmeister. Was ist das? Ah, mein Flüchtlingsbaby! Äh, mein, äh... mein Flüchtlingsbaby. Schau mal kurz nach. Hey! Dieses kleine Wunder habe ich... den Winter bei mir aufgenommen, um es zu wärmen, aber... eigentlich wärmt es mich. Okay, wie heißt es denn? Gronenfron. Gronenfron? Ja, Syrien. Mhm. Wollen wir vielleicht kurz Radio hören? Nein! Okay, klar. Köln. Brand im Waisenhaus in der Kölner Straße. Bislang ist noch unklar, ob es sich um Brandstiftung oder ein... Kölner Straße? Ist das nicht hier irgendwie um die Ecke? Das ist doch... oder? Racken! Mein Gott, ich wollte doch nur mit dir schlafen! Das ist doch nur ein Tinder-Date! Gute Arbeit. Originals.